Was wird so Content geben? Das hat... Niemand gesehen. Oh! Miklas! Pass auf! Nein! Nein! Vielen Dank, lieber Honda. Nein, Mann! Der Vater! Oh nein, nicht schon wieder! Das ist ein Brasch-Dummer! Ich hab immer auch dein Bestes, Mann. Du kannst das. Oh, Junge, Alter. Boy, wie kett ich... Ach, Digga. Was muss hier wieder passieren? Flatspots hab ich auch. Nicht mal 5 Minuten gedauern. So, ey, wieso war das ein Cut? Ach, Digga. Es wird schon wieder unnötig. Einfach fokussieren, Evo. Ja, 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 ja. Digga. Ach, Digga. Was für Final Warning. Wo war das ein Cut? Ach, Digga. Ach, das war doch schon wieder Scheiße, ey. Vielleicht nochmal eben Chat und sowas weg. Mal ein bisschen auf Fahren konzentrieren. Vielleicht läuft's dann auch gleich mal besser. Einfach langsam reinsteigern. Ja, ja, ja. Mann. Es ist einfach dumm. Jetzt haben wir schon wieder V wieder größte Idiot, Junge. Warum macht er das denn mal? Digga, das Ding ist nur am Rutschen. Ja, natürlich. Ja, komm, rutsche noch weiter, Alter. Auto, wirklich? Ja, natürlich. Rass doch gleich aus. Mann. Digga, es ist so räudig. Beschissen. Was fahr ich hier, Junge? Mann, ich raste aus gleich. Wirklich, dieses Auto. Nur am Rutsch, das Kackteil. Wirklich. Es ist so gottlos behindert. Natürlich versetzt mir das ganze Auto wieder. 57,1. Let's go. Ich hab richtig Bock drauf. Melde ich zu seinem Ferser, wo auch eine echte Gurkensalatlinie momentan. Mann! Dieses scheiß Auto, wirklich. Mann! Mann! Digga! Ich brauch mein Lenkrad am Montag nicht einschicken. Ich schmeiß das gleich aus dem Fenster. Digga! Mann! Wirklich jetzt, ey. Ich greife dieses scheiß Ding gleich aus dem Fenster, wirklich. Oh ja, cool! Ja, haben wir das auch in der Checkliste. Komplett übermüdet, hier reinzustecken, ist auch ne wilde Entscheidung. Digga! Nein! Ach Digga! Also ein bisschen Regen, okay. Aber Heavy Rain, darauf habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich bin noch nie gefahren. Vor allem nicht komplett übermüdet. Ach Digga! Ah! 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 Der Platzplatzplatz ist jetzt. Egal. Er wird schon halten. Oh! Ah! Er wackelt einfach nur. Er springt nur noch hoch! Warum? Das wird gleich noch mehr Regen. so was habe ich noch nicht erlebt das bin ich ja noch nie gefahren es geht halt einfach nicht wie soll ich da bremsen was dafür ach leck mich am arsch wirklich das ist ja wohl lächerlich bin extra wieder nach rechts rüber gezogen und nicht links weiter gefahren ja keine ahnung wie man da bremsen soll wirklich nicht besten anscheinend einfach gar nicht also die strecke ist doch gleich plattet oder nicht ist platte schicken wir den pirater aus der ist noch nie gefahren ist noch komplett müde aber ist egal überflutet junge und es wird noch mehr regen da stand aber nicht in der doppelschreibung dafür habe ich mir auf jeden fall das ist jetzt unangenehm aber hier ist noch einer also ich bremse das geht nur noch gerade aus hallo renne welten eigentlich wollte ich nicht wieder zu euch aber ich kann auch nicht mehr lenken mir ist reifen geplatzt ich habe reifen verloren ja keine ahnung was soll ich machen drei räder 24 stunden einmal